Nach einem ersten Durchgang hat es beide Male nicht zu einem Podest ummünzen können. Im ersten Lauf zeigt, dass er mit der ramponierten Piste gut schlagen kann. Da fuhr er als Zwölfter, jetzt hier als 21. Ein bisschen stärker gezeichnet wird sie schon sein, die Piste. Das ist jetzt stabil. Ja, der schweiziert, das ist gut. Jetzt kommt der nächste Totschlag. Hält sich, ist es gleich dynamisch wie das von Henrik hier durch? Ja, aber immer noch sehr gut. Oh nein, da bleibt der Hange wieder! Nein, nein, das darf nicht wahr sein.